Dieser Ford Tourneo ist hier zum Verkauf angeboten. Der silberne Van ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Dachrailing, Einparkhilfe, Bluetooth, und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Auf 100 km liegt der angegebene Verbrauch des Benziners bei 6,8 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 15.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Berufeavi-GUES. Bester pair Bis zum nächsten Mal.